Im letzten Teil der Filmserie von 2016 geht es durch Kanada. Das Land ist weit, der Autoverkehr gering und zu sehen gibt es wenig. Rechts und links des Weges nur Wald mit wenig Durchblick und da das Land flach ist, gibt es kaum Hügel, von denen man über die Bäume hinweg sehen könnte. Momentan fahren wir Richtung Norden mit dem Ziel auf den Trans-Canada-Highway zu kommen. Nach etwa 500 Kilometer durch die einsame Landschaft erreichen wir die Ortschaft Korhane. Hier besuchen wir das Polarbärenhabitat, mit denen hier seit vielen Jahren in Gefangenschaft bledenden zwei Eisbären und schauen uns im Museum zur Besiedlungsgeschichte um. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Damit haben sich die hier anzusteuernden Ziele erschöpft. Unsere Tor geht weiter entlang des St. Lorenz-Stroms Richtung Quibeck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Wir haben den Blick über den St. Torenzstrom auf Quiebeck genossen. Der Trubel einen Stellplatz nahe der Fähre über den Strom für unser Auto und Wohnwagen zu finden, war uns zu viel. Auch der Preis für einen Parkplatz war uns zu hoch. Da wir Quiebeck bereits 2013 besichtigten, fahren wir weiter am St. Torenzstrom entlang Richtung Osten. Musik Wir haben bereits den St. Torenzstrom verlassen und sind weiter durch dichte Wälder bis in den Ort Grand Falls gefahren. Beim Blick von der Straßenbrücke auf den Wasserfall im Ort erleben wir heute nur ein Rindsalvermesser. 2013 sah das ganz anders aus. Anschließend wandern wir ein Stück am Fluss entlang. Musik 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 Im Ort Hartland besichtigen wir die längste überdachte Brücke von Kanada und ein Stück weiter finden wir am Stausee des St. John Rivers nahe Friederikton einen kostenfreien Standplatz für die Nacht. Musik 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 Einsam ist die Gegend hier, viel zu erleben gibt es nicht, aber ein Naturschauspiel gönnen wir uns. Nahe der Ortschaft St. John fließt der Fluss durch Ebbe und Flut bedingt zeitweilig rückwärts. Musik 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 Wir haben unseren Termin für die Heimreise festgelegt, in 12 Tagen wird es soweit sein, die Zeit bis dahin verbringen wir in Nova Scotia. Nach einmal umfahren wir den Nationalpark auf Kapreden Island und fahren entlang der Küste nach Halifax. Musik 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 Wir haben unsere letzte Station der Reise erreicht, Halifax. Wir nehmen Abschied von der schönen Stadt, bereiten unseren Wohnwagen und das Auto vor für die Abgabe zum Verschiffen, genießen noch einmal das schöne Wetter hier in der Stadt. Und dann geht es ab zum Flieger, um nach Hause zu fliegen. Musik 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 Wir sind zu Hause angekommen und erleben nach drei Wochen eine Überraschung. Unser Wohnwagen wurde nicht bis nach Hamburg verschifft, sondern in Antwerpen abgestellt und als wir ihn besichtigen, hat unser Wohnwagen einen Totalschaden. Die komplette rechte Seite ist von vorn bis hinten eingedrückt, die Tür herausgerissen, so dass wir nur noch unsere Sachen aus dem Wohnwagen retten können. Nur gut, dass wir eine Seetransportversicherung abgeschlossen hatten, so ist der Schaden noch einigermaßen in Grenzen zu halten. Und wie es nach der Reise weiterging, kann man auf meinem YouTube-Kanal f.schulz-dresden sehen. Musik 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 Musik